Hallo liebe Filmfreunde, wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr 2016. Und wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Ja, das hoffen wir auch, denn bei uns, es wird, glaube ich, eine sehr lange Nacht werden bei uns in Österreich. Warum? Naja, wir sind bei meinen Eltern und dann die Amy. Ja. Aber du musst arbeiten. Du musst am nächsten Tag arbeiten. Ja, ich nicht. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon, der erste, der erste 2016 wird bei jedem ein bisschen anders werden. Sie muss arbeiten, ich hab frei, ne frei, ich muss mich um das kleine süße Dinge kümmern. Das, was ich an Weihnachten machen durfte. Ja, während sie nämlich auf der Arbeit ist. Aber, das Gute ist, ich hab meine Eltern mit dabei, die mich unterstützen werden. Haha. Ja. Ich hab gar nichts machen müssen. Haha. Ja. Ich hoffe euch. Äh, euch. Ich hab für euch zu viel getrunken. Trinken wir auch. Haha. Prost übrigens. Erst mal anstoßen, bevor wir drinnen. Ja, das machen wir dann zum Schluss. Für kreislich. Also, ihr merkt schon eigentlich, ich bin eigentlich kein Sekttrinker, ich bin eigentlich auch kein Alkoholtrinker. Mit der ersten Mega. Aber extra für euch haben wir jetzt diesen Sekt hier geköpft. Den hier. Den uns ein ganz lieber Mensch geschenkt hat bestimmt. Den wir aber nicht kennen mehr. Wo sind wir wer? Keine Ahnung. Es tut uns leid. Dann haben wir hier jetzt geköpft für euch und wie gesagt, es ist wirklich furchtbar. Das sind wie extra Drogen und boah. Aber wir drehen den für euch komplett ex aus, ne? Was? Nein, mach ich nicht. Freilich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe euch, ihr habt schon gefeiert. Von 2015 auf 2016. Und ich hoffe ihr halt eure ganzen Vorsätze. Ja. Habt ihr euch welche vorgenommen? War interessant. Hast du welche vorgenommen? Ich schon. Oh. Aber die verrate ich nicht. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich habe mir keine Vorsätze gemacht. Weil ich genau weiß, ich kann sie nicht halten. Das weiß ich jetzt schon. Das ist aber auch, wir rauchen nicht. Wir trinken nicht übermäßig. Eben. Mir geben uns viel Geld aus. Also ich zumindest, ne? Aber, ja. Natürlich wünschen auch euch die kleine Emma hier. Die jetzt hoffentlich friedlich in ihrem Bett liegt. Und auch unsere lieben Katzen. Einmal der Wurschi. Einmal der Rudi. Einmal die Manni. Euch auch ein gesundes neues Jahr. Und ich hoffe euch, wird euch mein Kanal weiterhin gefallen. Auch im Jahr 2016. Denn wir haben da einiges vor, liebe Leute. Ja. Es kommt einiges auf euch zu. Mhm. Also im Januar wird es wahrscheinlich etwas. Schon so viele Ideen in seinem Kopf. Ja. Im Januar wird es ein bisschen weniger werden mit Unboxing-Videos. Denn ihr wisst ja. Januar, Februar wird langsam. Ja. Wird ein bisschen weniger. Aber es kommen wahrscheinlich wieder Vorstellungs-Videos. Und ob ich da jeden Tag ein Video schaffe. Weiß ich leider auch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber was gibt es denn besonderes, Schätzlichen? Tja. Ich weiß nur, dass du dir eine ganze Liste geschrieben hast. Da ist er nämlich. Eine kleine ganze Liste. Auf jeden Fall. Es kommt auch demnächst. Also kurz nach diesem Video auch ein 1200 Abonnenten-Special von mir. Oder von uns. Mit einem Gewinnspiel. Da ich es euch ja versprochen habe schon zu Weihnachten. Aber ich habe es einfach nicht vorher nicht geschafft, das zu machen. Aber auf jeden Fall wird es das weitergeben. Und natürlich die Movie-News kommen alle zwei Wochen. Gibt es auch. Weiterhin. Und ja. Ich hoffe mal, dass auch wieder einige Opfer für mich da sind. Auf die habe ich jetzt gewartet. Nämlich Overview-Videos bei anderen Sammlern. Da habe ich schon zwei, drei Stück an der Zahl. Natürlich auch Foyce Herberger mal gucken. Wer uns alles dieses Jahr besuchen wird. Denn das ist eigentlich ganz neu in unserem Kanal mit drin. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr von unserer kleinen Familie hier. Aber jeden lassen wir fahren denn rein? Ja. Da haben wir so. Also es gibt Ausschlusskriterien. Ja. Und wie gesagt. Sie, wie ich schon mal gesagt. Sie ist eigentlich der Hauptschluss. Sie ist eigentlich diejenige, die entscheiden darf, ob derjenige kommen darf oder nicht. Also stelle ich gut mit dir. Also schickt ein Nährungsformular. Und dann ging es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Es wird uns ja auch wieder ein paar Quiz geben. Aber wann, wie und was da reinkommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Wie soll ich sagen. So in den Kinderschuhen noch. In den Emmerschuhen noch. Aber auf jeden Fall da wird es natürlich auch weiter gehen. Was natürlich nächstes Jahr nicht mehr geben wird, ist definitiv Let's Plays. Die werde ich nicht mehr weitermachen. Aber aus dem Grund, es ist einfach zu wenig Resonanz da. Und die werden auch nicht mehr weiter gemacht. Weil erstens sind die extrem aufwendig zu machen. Mit drei Kameras. Oder zwei Kameras. Und da muss ich auch hier alles aufbauen. Und das lohnt sich eigentlich für mich jetzt nicht. Zu heute geht alles weg vom Video drin. Genau. Und natürlich auch von meinem eigentlichen Zocken, den ich auch gerne machen würde. Ja. Und für unser Privatleben. Und für unser Privatleben. Ja, sie ist mal weg schabig vor der Kamera. Das ändert sich immer bald noch. Wisst ihr ja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ihr feiert doch schön. Und ihr seid nicht so extrem besoffen am 01.01. Und das hoffe ich ganz besonders, dass ihr noch ein bisschen klar denken könnt, dass nicht der Ulrich kommt zu euch nach Hause. Wer ist der Ulrich? Der Ulrich ist... Das ist der Ulrich. Also auf jeden Fall, bei mir wird es wahrscheinlich nicht passieren. Und bei dir glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich hoffe euch geht es allen gut. Und ihr seid gut reingerutscht. Und es sind keine Unfälle passiert mit dem Feuerwerkskörper. Ja. Und lange Rede kurzer Sinn. Jetzt stoßen wir nochmal an auf das Jahr 2016. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Entschuldigung. In die Augen gucken. Alles Gute. Ihr guckt gerne mal in die Augen. In die Augen gucken. Prost. Auf euch. Und ein gesundes neues Jahr nochmal. Und... Echsenhopp. Bist du denn des Wahnsinns? Oh Gott, na. Echsenhopp. Darfst du meins auch rausdringen? Nein. Komm. Wenn du das auch noch rausdrinkst, dann bist du streit. Komm. Hau, 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 schau, du musst schon abstoßen. Entschuldigung, ich habe morgen Frühdienst. Wirst du, komm. Also, das Video ist nicht am 31.01. Wann? Hau, 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 hau. Oh Gott, mir wird es schon so schlecht. Oh nein. Eine halbe Flasche Sekt auf Ex. Ich bin kein Kampftrinker, nein. Ich trinke mich sonst. Du musst ja schon mal eine halbe Stunde lang aufstoßen, wahrscheinlich. Ich bin fertig drehen, bevor wir gucken. Wie ist denn mein Kopf? Wir wollen doch noch einen Film anschauen. Wir wollen fast noch nichts gegessen. Auf jeden Fall, ich sehe dich schon kommen. Ich kann es auch gleich wieder bewegen. Tschüss. Und zu uns neues Jahr. Toll. Du hast ja gedacht, dass du das jetzt machst. Klar.